grüß euch leute und herzlich willkommen zu einem neuen video wie immer kohle 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 muss da rein 20 euro ist nicht viel habe ich mir so überlegt ich mache gerade nicht so viele videos und naja aber egal also nicht zocken am besten lasst euch davon auch nicht irgendwie triggern an machen zum spielen denkt dran meistens läuft es so dass man nach ein ballert ein ballert ein ballert ja denkt immer einfach daran und wie es euch danach ging und dann überlegt euch ob ihr doch noch zocken wollte oder nicht aber geht nicht sofort wenn ihr bock habt hin sondern denkt man kurz drüber nach das hilft vielen auch vorsichtiger hinzugehen mit vielleicht ein bisschen weniger geld also viel spaß mit dem video bis demnächst johnny zockt ja raus damit leider hat ein punkt jetzt gefehlt direkt nach der pause 120 sind schon raus jetzt kommt der 14 dann habe ich ihn oben? nein 50 naja schade knapp naja was haben wir gesagt und jetzt was kommt 3 13 20 gab es mit dem skatter gerade ja vorbei wieder den jetzt selber haben wir gemacht 3 fragezeichen da müsste von der 11 ne 15 mal da hätte er es wieder naja 30 20 mal gucken 40 ist er jetzt reingegangen hat noch 40 hingestellt 2 von den viechern gibt es schon irgendwie ist das schlimmer wie 11 euros das zahlt ganz ganz selten mal wirklich aus jetzt beim vogel bei 11 euros jetzt sind wir beim hund also wenn er jetzt verhandelt diese stäbe sind der hund ja ach komm haha nix 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 und jetzt vielleicht naja 50 cent spiel 5 skatter in der vorringen krass auf 20 natürlich 10 euro schon auf 50 reingegangen gucken wir uns das mal an Boah, hatte ich schon 2 Stück von den Tussis, ganz oft so gehört, das Level hat immer nur pleite gemacht, jetzt kommt nix, doch, jetzt könnt ihr sehen was bei der letzten Ausspielung war, wo er die 50 gemacht hat wieder, da hat nicht viel gefehlt, jetzt kommt nix, ist ja klar, Frage zu den hier, ne. 1, 1, 1, 4, 1. 2, 1, 5, 4, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, Na gut, ich bin auf 80 reingegangen, hab meinen Jackpot runtergestellt, 60 ist er nicht reingegangen. Aber komm, es sind nur 10 Cent mehr dafür, aber ich hab den Jackpot runtergestellt, damit es nicht zu teuer wird, sonst wärs ja 1 Euro einsetzt. Und er frisst ja schnell, wenn er nix kommt. Naja. Puh. Irgendwie. Netzvorgel. Oh, 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 oh. Cool. Vielleicht beim großen. Hier noch eine, wär's ja geil. Ah, jetzt komm. Jetzt komm, hau mal was schönes rein. Psst. Machen wir schneller. Aber wenigstens ein weiteres Beispiel. Zwei Stück noch. Und noch eins. Aber trotzdem ganz nett. Ich hab keine Ahnung, was ich mach. Lass einfach mal laufen. Dann wieder. Oder ich stelle oben auf 60 vielleicht nochmal. Ah, da oben hängt der. Ah, keine Ahnung. Ja, Gott. Das gibt's doch nicht. Zweites Mal, ey. Krasse Sache. Ja, von diesem 100 hat er mir alles runtergesaugt. Also, das ist noch übrig. Ja, mal gucken. Immer viele 15er, muss ich echt sagen. Zwei hat noch gefehlt. Hey, auf 10 Cent nur wegen Jackpot. Das fehlen mir jetzt auch gar nicht mehr groß. Vor auf 20 Cent natürlich gut. Lager beim elften Spiel war ich schon bei einem ganz großen. Ein paar volle Linien hat er mir gegeben. Aber, naja. Also, Leute, haut rein. Bis nach einer ganzen Zeit auf 2 Euro gespielt. Jetzt hab ich mir auf 1 runtergestellt. Kann man gleich. Aber ist gut. Wenn er was zahlt. 1 Euro ist auch ein guter Einsatz. Aber das Spiel ist schwierig. 250 hatte ich an der Spitze. Da ist er nochmal hochgegangen auf 100 Meter Leiter. Und dann rapide runter. Natürlich sehr schade, dass er nicht 150 gemacht hat. Und jetzt beim originalen Vogel. Da war ich dann auch so typen, ja. Schon besser, weil jetzt geben 3 Stück mal 5 Euro. Aber. Wow. Das ist heftiges Bild. Heftiges Bild. Geil. Wie viel ist denn das hier für Linien? 1, 2, 3, 4. Wow. Oh. Wow. Heftig. Wow. Krass. Jetzt kommt noch so ein Typ, ja. Oh, den Fussi. Heißt ja. Nein. Nicht hier. Wow. Genau so viel wäre es, wenn ich die 100 angenommen hätte. Ich weiß nicht, ob ich nochmal 2 Euro probieren soll. Wollt und wollt nicht einfacher. Und. Nix. Hm. Jetzt kann ich keine Leiter drücken. Ich mach mal 2 Euro. Vielleicht kommt er ja nochmal. Wär natürlich nice. Ah. Davor war es bestimmt 3, 4 mal 5 Scatter. Nix. Also leise ich melde mich, falls etwas kommt. Und vielleicht stehe ich auch runter. Weil 300 Euro sind nicht wenig. deux Mal's. So. Ho. 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 Oh. Ho. 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 вот. Ho.